Tango. Ich wusste, dass du fragen würdest. Natürlich habe ich es probiert. Alles wird probiert. Ist doch klar. Vor allem, wenn man es mir so auf dem Silbertablett serviert wie hier. Teil meines Sprachkurses sind nämlich vier Tango-Stunden pro Woche. Zweimal Gruppen, zweimal Privatunterricht. Der Klassenraum liegt im ersten Stock eines hübschen Palais aus dem 19. Jahrhundert, ein Spiegelsaal mit Parkett und Kronleuchtern. Geleitet wird die Schule von dem mächtig in die Jahre gekommenen, aber kunstvoll restaurierten Paar Majoral und Elsa Maria, das laut Eigenwerbung schon etlichen Prominenten von Liza Minelli bis Julio Iglesias den Tango beigebracht hat. Elsa Maria mit hennerrotem Pagenkopf versammelt die Frauen hinter sich, tanzt vor und scheucht dann eine Schar von Eintänzern auf uns, die uns durch den Saal schieben. In einer Pause setzt sich Majoral zu mir, der nach mehreren Schönheits-OPs ein Gesicht so stramm wie ein Wasserball hat. Er erzählt von seinem Schäferhund, ich gebe ihm immer Befehle auf Deutsch, und von seiner Erfindung Health Tango, einem medizinischen Präventivprogramm. Das müssen sie dringend in Deutschland einführen. Es ist alles so bezaubernd. Am Tag darauf die erste Privatstunde. Mein Lehrer Pablo erscheint mit schwarzem Hemd und handelsüblichem Pferdeschwanz, auf den ich von oben einen schönen Blick habe. Ein klassischer Buenos Aires-Ken, aber mit Sonderausstattung, einem Brilli in der linken Augenbraue. Was ich schon in der Gruppenstunde verstanden habe? Argentinische Tango ist im Wesentlichen Gehen. Und man muss sich komplett in die Hände des Mannes begeben. Hirn ausschalten, mit dem Körper zuhören, den Kerl nicht zu erraten versuchen, dann klappt das schon. Mit anderen Worten, nicht. Nicht bei mir. Liegt es daran, dass ich zu viel denke oder zu viel lache? Innerlich, beim Tango darf man nicht lachen. Dass mir das Pathos abgeht, der Sinn fürs Drama und die etwas angestrengte Melancholie? Oder dass Pablo mir bis zur Unterlippe reicht und ich eher geneigt bin, ihn zu führen? Es müssen jedenfalls erstmal völlig neue Nervenbahnen zwischen seinem sanften Druck in meinem Rücken und meinen Füßen verlegt werden. Tanzen gehört nicht zu meiner Werkseinstellung. Völlig geschlaucht. Völlig geschlaucht. Völlig geschlauchte. Völlig geschlauchte, wenn es einfach was schnelliver. Lebendig Mitte Demonst respeiteit recon. aba